in dem heutigen video möchte ich euch den echten gold mod zeigen leute wie ihr seht greifen euch die zombies alle an jedoch kriegt ihr gar keinen schaden das ganze funktioniert auch mit mehreren spielern und auch solo leute und ich zeige euch jetzt wie das ganze funktioniert ihr müsst erst mal hier zum blumenladen rechts neben speedcoder und hier oben habt ihr ein wasserventil leute dieses hebt ihr auf denn das brauchen wir jetzt damit geht ihr in die bowlingbahn schießt die wand hier auf und platziert das ventil einmal und lässt es sofort wieder los und geht raus leute jetzt müsst ihr ungefähr zehn sekunden hier draußen warten und dann wird euer bildschirm weiß und genau wo es weiß wird leute müsst ihr ganz schnell rein rennen und bevor das weiße komplett weg ist müsst ihr wieder mit dem ventil interagieren und wenn ihr das dann richtig gemacht habt greifen euch die zombies nicht mehr an bei mir war es jetzt wahrscheinlich zu langsam wie ihr seht weil das war schon komplett weg das weiße und dann müsst ihr das einfach wieder wiederholen die bleibt zehn sekunden lang draußen so wie ich jetzt und genau wo es weiß wird leute rennt ihr durch bis zum schaltkasten und interagiert nochmal mit dem ventil und wenn ihr das mit dem timing perfekt hinbekommen habt sollten euch die zombies zwar angreifen jedoch solltet ihr keinen damage mehr bekommen hier noch ein paar wichtige infos zu dem glitch ihr könnt das auch mit freunden machen leute auch mit zwei drei leuten jedoch muss immer einer in der bowling bahn bleiben wenn ihr das solo macht dann müsst ihr auch in der bowling bahn bleiben bzw ihr dürft nicht zu weit weg von der bowling bahn weil dann kriegt ihr so einen komischen sound und der wasserdruck der ist komplett weg dann müsst ihr das ganze noch mal wiederholen also wenn ihr eure waffen punchen wollt lasst ein zombie über leute geht eure waffen punchen kauf perks macht was ihr wollt und danach geht wieder zurück in die bowling bahn und wiederholt den schritt mit den godmund einfach das war's dann auch schon mit dem video falls euch das video gefallen hat lasst ein like da und schreibt mir die kommentare und falls du noch kein abo bei mir ist kannst du jetzt ein kostenloses abo da lassen damit in zukunft immer auf den neuesten stand bleibt und nichts mehr verpasst danke fürs zusehen und bis zum nächsten mal